Und gucken wir uns doch mal ein bisschen rum. So ein Bazar hier zu Anfang, das hätte was. Der passt hier sogar genau rein. Das sieht ja besser aus. Können wir jetzt hier noch so ein paar Korallen einbauen. Eigentlich gehören Korallen ja ins Wasser. Cool, Musik. Und der schwimmt immer noch. Sag mal, du kriegst da ganz rum lecke Finger. Minion. Exotischer Vogel auf Baum. Dann hauen wir den mal auf den Baum. Super, willst du was denn an der Info haben? Du wirst erstmal von so einem Vogel angequatscht. Mal kurz gucken. Wie sieht das aus? Mach mal Nacht hier. Also die haben auf jeden Fall Style. Ich muss grad mal... Voll die Frame-Einbrüche, ey. Die goldene Weglampe, die war so scheiße hell, war der, ne? Ja, die ist so... Es gibt, glaub ich, noch ne hellere. Alter, was hab ich für Frame-Einbrüche. Das Ding ist cool, aber... Das Ding ist cool, aber... Öllampe. Sag mal, welche? Hier, ich seh' nix. Hm. Also ich mag ja so die... Die Satellantis-Dinger hier. Die gefallen mir irgendwie. Ich glaub, die werd' ich auch erstmal benutzen, aber nicht in der Art und Weise. Nämlich, ähm... Gefällt mir das so nicht ganz. Nämlich... So. Wenn dann will ich die für den Weg haben, also... Die hier. Dann kann ich die nämlich auch so anbringen. Und ich bin nicht wie Hohl. Ich werd' das nicht mit den Fackeln übertreiben. Der hat ja wirklich an jedem Weg. Also der hat hier, hier, hier... Hat er ne Fackel gemacht. Warum hat er nicht auch noch hier, hier, hier... Und dann hat er... Einen Park voller Lampen. Ich hasse ihn immer noch dafür. Ja, doch. Die sorgen für schönes Licht. Wenn ich hierhin geh' dann... Boah. Ich mach' wieder auf Tag. Tagsüber ruckelt's nicht. Ohne Scheiß. Tagsüber ruckelt's nicht. Was soll das? Achso, das sind die Bäume, die ja auch draußen wachsen. Ja, aber das soll mir eigentlich mal ganz recht sein. Kann ich nämlich mit leben? Ähm... Ein Kaktus. Ja, ich baue einen Kaktus hier hin. Na, ein bisschen grün ist immer was Tolles. Und ich find' das sowieso schön, wenn das zu Anfang so ein bisschen grün ist und sich dann so ein bisschen verläuft. Gott, was laber ich hier eigentlich? Wollt ich jetzt grad'n Kaktus hier reinsetzen? Ähm... Ich kann doch irgendwo... Meine Fresse, wo ging das nochmal? Ich will doch keine Mechaniker geben. Halt die Fresse. Ich mein' ernsthaft. Ich warne dich. Doktor Nordnase, ja. So, ja, das gefällt mir. Das gefällt mir. Äh, nee, das wollte ich gar nicht. Hier. Ich will irgendwas Großes bauen. Irgendwas Großes. Ein Auto. Die Feuerschalen, die geben auch immer schön viel, ähm, viel Licht. Ich setze sie mal hier hin. Einfach hier eine Beleuchtung zu machen. Die sollen so ein bisschen das Becken beleuchten, sag ich mal so. Hm, kann man hier eigentlich bei dir auch Krieg führen, Alter? Kann man, glaube ich. Könnte ich. Ach so. So, was ist das? Moment, wie sieht denn das aus? Ich muss das mal sehen. Okay, die Kanone denkt sich nicht. Ach so, ich hab mich schon bewundert. Okay. Frauenchateau, Froschbrunn. Ein Froschbrunn. Ja, Meg, auf zum Angriff. Ähm, das ist eine Animatorik. Das ist mit so einem scheiß Boden dann, ne? Ich glaube, ihr habt kleine Probleme. Euer Schiff ist leicht Land unter. Ähm, nee, aber euch beide, da brauche ich nochmal. Das dann endlich. Kann ich das denn? Muss ja auch cool sein, wenn das so hochgehend von so einem Gladiator angepisst wird. Ein Glockenspiel, was ist das? Sieht auf jeden Fall kacke aus. Vase, alles kaputt. Auch ein paar Korallen. So, why not? Sieht immer gut aus. Also, ich kann jetzt nochmal ruhig sagen, ähm, wenn ihr Bahnen habt für mich, schickt sie mir. Hat ja funktioniert, also, ich merke, die, die, die kann man sehr gut mit euch umsetzen. Das, das, ja, das funktioniert. Bislang ist das alles auch sehr, also, irgendwie mache ich mir das hier alles gerade sehr merkwürdig. Irgendwas fehlt da und ich glaube, ich muss gleich mal den, äh, den Boden mal umfärben hier. Gucken wir mal, was haben wir denn da? Sag mal, sag mal, sag mal die Fresse. Wenn ich deine Meinung brauche, sei Bescheid. So, mit Blumen? Was ist das? Felsen. Sping. Nee, das trifft sich irgendwie nicht mit den Blumen da hinten. Das auch nicht. Schlamm. Auch nicht wirklich. Noch Schlamm. Helliger Sand. Irgendwie hat das was, aber passt nicht mit den Korallen. Ich glaube, die nehme ich gleich wieder weg. Steiniger Sand. Hier das so ein bisschen am Rand gerade. Ja, 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 no more time, yes. Ich glaube, dann muss ich hier wieder das Ganze normal machen. Hm. Auf jeden Fall an der Seite passt das ein bisschen. Machen wir aber nicht zu viel. Vielleicht nur so ein bisschen am Rand. Ich nenne es moderne Kunst. Hm. Hättest du hier noch ein bisschen mit dem Ton und so ein paar mal machen. Nicht zu viel, nur so ein ganz kleines bisschen. Ja. Aber ich muss auf jeden Fall hier die Blumen noch rein. Hier müssen wir so... Äh, ja. Ja. Doch, ja. Schon eher mein Ziel. Aber die Korallen hier müssen weg. Die müssen weg. Ich hänge schon wieder halb auf dem Tisch, als dass ich sitze. Quatsch. Ich habe es aber auch. Hm. Vielleicht trifft es sich ein bisschen grün hier besser. Halme zum Beispiel. Hm. Hm. Ja, doch. Ich würde auf jeden Fall diese hässlichen Stangen verdecken. Macht ja irgendwie jedes Freibad heutzutage. Also warum soll ich das nicht auch? Hm? Wenn es funktioniert, warum... Mann, wo ist meine Maus denn, ey? So, so. Einfach mal außen rum. Ich glaube, das wirkt dann einfach natürlicher. Als wären diese Büsche schon ewig da. Und ich habe einfach meinen, äh... Ja, meinen Freizeitpark drum gebaut. Ich meine, warum nicht? Macht doch Sinn. Wer macht das heutzutage nicht so? Man sagt sich, oh, das sind Büsche. Da muss ich irgendwas bauen. Irgendwas Großes. Irgendein Haus. Oder so. So. Ja, okay. Das macht jetzt schon wieder keinen Sinn mehr dann hier. Aber okay. Oh, so, so. Hier denn noch. Okay, ganz ehrlich. Junge, du gehst mir gerade auf den Sack. So. Ich kümmere mich gleich mal um den. Oder ich mache einfach die Bahnen aus. Das wäre vielleicht die schlauere Idee. Ähm. Hoppala. Ach ja, stimmt. Hier kann ich so einen Scheiß einstellen. Da. Ähm. Status. Alles schließen. So, jetzt hast du auch nichts mehr zu meckern, Alter. Scheiß, Alter. Meckerbolzen. Ja, aber doch. Ja. Doch. Bislang bin ich zufrieden. Es ist sehr selten, dass ich zufrieden bin. Ja, bitteschön. Pegasusbrunnen. So ein fetter Brunnen ganz zu Anfang hat er auch was. Ich habe auch irgendwann mal so einen Leuchtturm ganz nach vorne gesetzt. Raptor Animatorik. Ein Raptor. Oh, eine Ruinenkammer. Och Gott. ompher. SCH kreNAB. Ich sage Sie, Sie dürfen mit 8 balls. Ich sage Sie, Sie müssenlaATHAN tickets kommen. Beant denen Sie verwendet ihr hier ist,